Dies ist die Geschichte, wie ich deinen Vater kennenlernte. Es war schwer, 2022 das Hier und Jetzt zu genießen. Man konnte immer irgendwo anders oder mit jemand anderem zusammen sein. Ich weiß, das mag jetzt irre klingen, aber ich hatte 87 Tinder-Dates dieses Jahr. Mein letztes Date war bis jetzt das Schlimmste. Ich hatte ein anderes Date vor diesem Mund. Ich hatte gerade Sex. Das hat er dir gesagt? Wieso hat er dir das reingedrückt? Das war noch nicht mal das Schlimmste, Leute. Auf einen Abend mit neun Freunden! Das ist ein spitzenmäßiger Abend. Sprich mir nach. Heute ist das Anfangskapitel meiner nächsten großen Love Story. Heute ist das Anfangskapitel meiner nächsten großen Love Story. Ich mach Schluss mit Charlie. Es ist vorbei. Heulekatze, Heulekatze, Flagge von Portugal? Was? Das sollte aber noch ne Heulekatze sein. Scheiß aufs Erwachsensein! Ja! Wir dürfen noch ein paar Jahre blöde Entscheidungen treffen. Das ist der beste Abend meines Lebens! Wenn du später mal von diesem Date erzählst, versprich mir, den Teil abzuändern. Es sind verwirrende Zeiten, in denen wir leben. Valentina, du bist komplett irrsinnig! Und das finde ich heiß. Es ist echt schwer, ein Draht herzustellen. Und zwar so, dass es sich leicht anfühlt. Irgendwann muss es ja mal sein. Sprich doch Sie an! Und sage was! Ich könnte dir gefallen! Also soll ich Sie anliegen! Gemeinsam erobern wir die Stadt im Sturm! Wir haben keine Angst vor dir, New York! Wir beide sind die tapfersten Menschen der Stadt! Darauf trinke ich! Das war's. Wir haben ein gefeiertes Teil Grund. Das war's. Das war's. Musik Musik Musik